So, herzlich willkommen zurück hier. Ähm... Oh, mitnehmen. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Hm... So, ich muss jetzt erstmal gucken. Wo will ich denn überhaupt hin? Ähm... Ah ja, hier unten. Die Tafel haben wir schon gefunden. Okay. Dann gibt es diesen Banditen-Anführer und dann nochmal zwei Schätze. Alles klar. Äh... Nein, ich wollte es. Außer Karte raus. So. Also, mal gucken. Da ist eine kleine Kiste. Und da ist eins. Gut. Da ist ein Vogel. Lalalalalalalala... Ähm... So, und? Boing! Und der ist gar nicht mitbekommen, da der Typ. Wie blöd ist der denn? Weiß jemand ganz genau, was er macht. So. War eine Frau, oder was? Durchsuchen. Okay. Nein. Da war doch was. Aufheben. Nein. Okay, dann wohl irgendwie nicht. Äh... egal. So. Dann einmal hier. Oh Gott. Hier ist eine große. Mhm. Hier ist auch noch eine große Kiste. Eine Drohe. So. Da hinten ist ein Löwe. Komm her, Löwe. Oh, noch einer. Gegen zwei ist ein bisschen... Das möchte ich jetzt nicht unbedingt, aber einer ist okay. Ja. So. Dann haben wir ein bisschen Leder, Fleiß und eine Löwenkralle. Weiß der Geier, oder weiß er nicht? Rätsel gelöst. Aha. Das war ein Rätsel. Äh... Nimm die Trosse nach Süden und suche nach der Ruine eines Halleier. Ja. Das ist also der... Das war der... Ah, ja. Okay. Okay. Ich muss jetzt leider wieder einen fliegen lassen. Achtung. So. Ja. Das war das. In Ordnung. So. Was haben wir denn jetzt? Und das war doch auch abgeflossen, oder hat man nicht? Nee, da fehlt noch der Banditenanführer. Ja, wo ist der denn? Wo ist denn hier der Banditenführer? Äh, Anführer. Ja. Merkbar. Ach. Da. Der hat doch hier zu sein und nicht da hinten. Ja, ich kämpfe davor. Ich vergib dir dich. Aber da wo Bäume und was alles ist, ja, da kann man nicht so gut gucken. So. Schlitt, Schlitt, Schlatt, äh. Und so weiter. Nein? Lass ihn doch liegen. Okay. Hm. Muss euch jetzt aufleuchten hier. Ja. 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 So. 1. 1. 1. Und 2. 2. Alles weg. Alles klar. Ah. Ich habe neue Gravuren und sowas freigeschaltet irgendwie. Muss ich mal gucken. So. Was habe ich denn hier? Aha. Das geht nochmal hoch. Das geht nochmal hoch. Eine schwere Gruppe. Keule. E-Pears. Äh. Vergleichen mit. Die Sense die ich da habe. Aha. Hm. Oha. Da habe ich jetzt was neu. Das da. Das da. Kriegsadler. Oha. Genau. Das ist abgehakt. Toll. Und die anderen. Müssen noch und so weiter. Muss ich mal gucken. Hm. Was ist denn jetzt hier? Der Bogen. 16. Ja und. Der geht auch noch. Oh. Der geht auch noch. Ich habe jetzt den einen hier auf 14. 10. 10. Plus 8. Da habe ich Plus 7. Feuer. Okay. her kann nämlich dem Ort so da habe ich noch hier dann neun immerhin neun Punkte geht's aufwärts Krieger das Jäger ja ja mal sehen ich guck mal zack oh etwas goldenes noch immerhin das ist doch ganz gut hier bestimmt ne die dauern noch ein bisschen ähm aah das ist das geht ein da ok ja da nehme ich doch das warum nicht so Stiefel gibt's auch neue bessere Stiefel ne keine bessere so und den Helm habe ich noch gekriegt der ist jetzt ab 17 frei ok äh 7,7 1,34 ich kann dich auch mal nehmen so gut alles andere ist jetzt erstmal so äh ok abgeschließen abgeschlossen dann suche ich mir mal eine andere Aufgabe oder irgendwas ähm ähm tempel der athenas geras da dürfte ich glaube ich noch nicht gewesen sein das andere ist hier gut guck mal die Richtung ja ich höre dich ach da bist du ich kann dich ja vergiften ich kann dich ja vergiften ich kann dich ja vergiften so durchsuchen durchsuchen elf mal weiches Leder halalala halli hallo ne ziege komm her oder auch nicht zieglein zieglein an der wand wer ist die größte ziege im ganzen Land hallo hallo ähm das war hier Tempel ja gut Tempel ist Tempel das ist jetzt nichts auch großartiges ähm ja die Inseln hier kann ich erkennen was das für ein Level ist aber okay ähm hier habe ich jetzt 16 auf 16 noch das blaue ähh machau und der verfolgte der hat du für 17 ja gut 16 der 17 das ist ja gut der 42 ne ist klar unentdeckter Ort ich kann mal gucken was das da ist nein aber wenn ich muss äh so äh so äh ja wenn ich wenn ich den einen hochgehe dann ähm ähm ich kann ja erst hier gucken und dann gehe ich da so hoch und dann genau mache ich das mal ich will aus ich will aus so fragezeichen die eine Insel dahinten wow so hau ab da ihr Pfiffe das war doch ganz tief das war doch ganz tief nein la 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 hier ist ganz tief ne das ist nach oben ähm ich guck mir erstmal noch so ein paar Sachen an hier diese nächste Folge irgendwie und da muss ich mal gucken denn kann ich auch mal wieder mit dem Boot fahren mit dem Schiff fahren oder wie ich muss das ja auch noch verbessern da habe ich noch einiges zu tun äh 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 so was haben wir denn nach 13 Uhr 48 heute am 3. Dezember so hier ist wieder ein neuer Ort entdeckt hier ist in dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein hm die haben Level 16 mal schön von hinten mal schön von hinten warst du rein mit dir ins Wasser da da kam was angeflogen da kam was angeflogen hi na du das war vorbei das war vorbei ha 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 okay okay eieieiei Moment da laufe ich doch noch mal ein bisschen dann verstecke ich mich erstmal da oben ne ne zwei und dann ist da noch einer der da seine Pfeile abfeuert so ich kann mal was mitnehmen so da unten haben wir oh Gott 1 2 3 4 5 sich da erstmal hm ich wollte doch nur den gelben da haben wo gehst du hin ich krieg dich bäh ja durchsuchen schwerer Bogen können die verkaufen für die Götter für die Götter nein nichts zu sehen das ist ja auch dunkel haha haben glaube ich Feuerbund wie es aussieht aber und ja auch von oben kommen bähm bähm ach du Költer ich halb deine Fresse hier so 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 und eigentlich so 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 jawohl 50 und 50 ausgeschaltet eine neue gravur schon wieder nein ich helfe ihn doch nicht immer gleich automatisch mit auf jetzt kommt dieser typ hier an hallo wie kommt ihr denn da jetzt nicht hoch jawohl aber er lebt noch was ist so immer hemmig die mit dabei ist auch nicht wahr okay ich bin jetzt so genau was haben wir jetzt hier noch mal 11 der zweck zwei gefangene und zwei schätze da ist eine kiste da sind die gefangenen wie es aussieht will mir aber so nicht angezeigt mal gucken hoppala hier freut sich keiner mich zu sehen genau doch bitte jetzt halt frei ja retten sich wer kann so ich gehe mal hier rein hallo darf ich mal reinkommen dann ist hier noch was gut und dann da hoch das ist die erste Kiste das ist auch noch mitnehmen da noch was mitnehmen und dann ist da unten noch eine Kiste alles gefunden eine Löwenkralle in Ordnung so nehme ich da mal was mit Zeremonienstab aha der geht sogar hoch äh ach Gott gucken wir so viele Sachen hier der ist schlechter die Waffen die schlechter sind das kann ich ja mal verkaufen der eine geht erst ab 18 hoi joi okay naja und hier das war der der geht aber runter ähm da hat nichts zu sehen ach hier unten ne axt hieß aber äh oder hatte genauso gut da ist keine Veränderung ich hab doch hiervon geguckt äh Zeremonienstab alter noch mehr ähm der Kriegpfad ist da ein Tick besser ich versuche das mal so und dann war hier noch was auch jetzt bei 18 alles klar was haben wir denn 25 Minuten okay gut äh das ist doch jetzt befreit oder nicht also alles abgehackt hier gut Hafen von Pairai Feos oder Feos oder so ähm gut zum Hafen gehe ich nochmal eben und dann mache ich dann Schluss Freude so dann 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 mhm aus dem Weg aus dem Weg Tür geht nicht auf ach glaubt da neuer Ort entdeck schön ich denke mal da oben ist dann hol wer wer so dann so Ich muss mich suchen. Altenbrocken. Ein Tempel entdeckt. Der ist aber hoch. Das ist ein schöner Hafen. Da kann man sich jedes Mal, mal so schön den Ruf umgucken. So. Dann mache ich das ja synchronisieren. Und dann verabschiede ich mich für heute und sage danke, dass ihr dabei wart. Wünfte noch einen schönen Tag. Wünfte noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Oder was auch immer. Und dann bis in dieser Folge. Macht's gut. Bye bye. Bye. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020